Am Samstag, den 11. Dezember, findet im EDEKA Jens Mayer in der Schweriner Straße 24 eine Wohltätigkeitsaktion statt. Und zwar Kauf eins mehr. Organisiert wird der Tag durch die Wirtschaftsjunioren der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. Wie Kauf eins mehr funktioniert, erklärt uns Svenja Preuß. Kauf eins mehr, wie es schon sagt, heißt Kauf ein Artikel mehr. Und der wird dann an die Tafel gespendet und wird dann eben rechtzeitig jetzt vor Weihnachten verteilt. Das kann eben Kaffee, Nudeln, Lebensmittel oder Kosmetika, die lange haltbar sind. Und da fehlt es immer dran und dass eben diejenigen, denen es nicht so gut geht, auch ein schönes Fest erleben dürfen. Die Lebensmittel oder anderen Güter können dann direkt vor Ort abgegeben werden. Im Anschluss bekommt sie dann die Wismarer Tafel. Diese Aktion findet gleichzeitig an verschiedenen Orten im Norden statt. Kauf eins mehr ist ein Aktionstag der norddeutschen Wirtschaftsjunioren Hanseraum.